Zaubersockig. Das kannst du haben. Sind Sie wahnsinnig? Der ist unter Wunsch. Das hat den Lech umgebracht. Das hat eigene Messer. Ich möchte so schnell wie möglich zu meiner Frau kommen. Sie haben sie lange nicht mehr gesehen. Weihnachten 44. Herr Rupfer war jetzt dort, Dresden. Dass Sie endlich da sein. Ihre Frau. Was ist mit meiner Frau? Der Herr Pfarrer war gestern da. Ist Mutti tot? Ja, Mama. Wer ist das? Das ist Eva. Ist die lieb? Sehr lieb sogar, glaube ich. Willst du, dass sie dich ins Bett bringt? Bleibst du bei uns? Vielleicht. Schön, oder, Lilly? Emma mag sie. Und ich würde sie gut bezahlen. Sie braucht eine Mutter. Wenn Sie wollen, können Sie mit uns kommen. Sie könnten beginnen, mit Emma Spanisch zu lernen, solange ich in Rom bin. Argentinien ist, wie man hört, ein sehr schönes Land. Ich bin mir das, wie man hört, ein sehr schönes Land. Ich bin mir das, wie man hört, ein sehr schönes Land. Sie können in Rom bin.